next games begrüße ich zur runde f1 2017 das rennen in china von platz 1 auf platz 11 glaube ich strafversetzt und es geht los viel spaß hier 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 die Ich bin mir nicht ganz sicher. Bottas glaube ich. Bisschen zu nah. Aber auch wieder. Sehr schön überholt. Zu weit geschnitten. Also ja. Aber ich krieg ihn trotzdem. Also das ist cool. Der Kimmich rieche ich bisher noch nicht. Dort noch glaube ich so ein, zwei Runden. Bisschen kassierter. Also ja. So weit geschnitten. Die Kurve mach ich überhaupt nicht. Die Kurve ist extrem. Nicht so mein Ding. Aber sonst ist Layout der Strecke. Ja. Der Rest gefällt mir aber. Nur dieses. Dieses Anfangsstück gefällt mir nicht. Also. Da kassier ich Kimmi. Aber auch wieder zu weit raus. Aber auch wieder zu weit raus. Ja. Ich muss mal viel, viel gegenlenken. Ja. Nicht über Rutsche und so. Aber. Aber. Passt schon. Ich glaube es wird nichts rum. Shit. Das war. Scheiße. Ich bin aber. Ich bin so. Ich bin so pesublik alt. Ich bin so. Ich bin so. Hm. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Aber. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin sehr süß. Töne. Ok. Das ist, das ist. Aber ich gewöhne mich immer besser an der Strecke, also passt die Grube da, die ich sowieso leiden kann, passt schon. Ah, wieder zu weit raus. Ah, ich fahre endlich eine Stop-Strategie, also mit vollem, mit sehr vollem Tank, also wo es, ja, werde ich, glaube ich, so durchkommen. Guck, jetzt kommt es, nicht die Safety Car. Aber mal schauen. Jetzt muss ich in den nächsten Runden kommen. Guck, jetzt kommt es richtig rum und gucke. Ja, habe ich jetzt besser genommen, die Kurve. Das war's. Hier habe ich es auch ein bisschen besser genommen. Hier ist die Safety gar nicht, das wurde angezeigt, dass es da ist, aber ich finde es nicht. Jetzt stoppe ich, fahre ich weiter. Jetzt ramme ich den, jetzt ist es heftiger ganz woanders. Das ist einfach nervig. Okay, der fährt jetzt Hamilton, fährt dann die Box. Ja, da siehst du jetzt halt das Hotel besser genommen. Ja, ne. Ne, doch nicht. Das kleine Stück, wieder nicht. Ah, da ist es doch. Drei. Jetzt sind zwei Runden Safety Car oder so in Frierung. Drei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, das ist mit dem Aus. Mein Gott, immer das Gleiche. Ein bisschen besser, aber... könnte ein bisschen besser sein. Ein bisschen besser. 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 Was ist mit der Hand Cafe? Voodoo. Voo! Das wird so weit. Jetzt habe ich irgendwie eine Durchfahrtstrafe bekommen, keine Ahnung warum. Also es heißt es wieder 5 oder 6 Gegner oder Autos überholen. Perfekt. Ausbruch, keine Ahnung. Ja, das hat jetzt nicht geklappt. Das war auch eine ungünstige Situation. Aber ich trinke ihn noch. Bisschen Windschatten heransaugen. Oh, okay. Oh, oh. Was war das? Das hat jetzt nicht so geklappt. Das ist wie vorgeschrieben worden. Oh, oh. Da müsste Verstacken sein. Und Kado und noch was. Keine Ahnung. Oh, okay. 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 Das ist schön. Das ist ja schön. Da kommt Winx. Zwei Autos Okay, zwei Autos sind da noch Besser genommen, besser Da sind beide Eigenen und Dings Zwei Autos Zwei Autos Hier habe ich auch Elaze Wieder der ausgeworfen P2 Besser Wir fahren bei der gleichen Stelle wieder so weit raus. Das ist ein bisschen besser, besser. Ja. Das ist ein Streit. Das ist weit raus, ein bisschen weit hoch. Jetzt kommt man eben an der Rake. Nein, jetzt habe ich es noch nicht. Jetzt habe ich es besser genommen, sehr viel besser. Aber die Kuba habe ich jetzt wieder zu weit genommen. Jetzt mit Gas, merke ich voll. Jetzt können wir sehen, dass wir das hier rum. Ja, mach ich. Hast du Glück gehabt? Zweiten? Nein. Da war es 2000, wenn wir jetzt bei dem Netzhalbschen kassieren. Vielleicht haben wir da rum. 2,4 Sekunden Rückstand hat. Da war es nicht mehr. Mal die Kuba, mal die Kuba, mal die Kuba. Kita. Machen. 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 Das war's. 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 Das war's.